Yo, hallo, willkommen zu PSS EGENDSGRIP UNITY Schnell mal ein bisschen einkaufen Hier haben wir nichts Ausrüstung und dort haben wir die Ausstattung Und hier bin ich schon lange nicht mehr gegangen Was haben wir denn das? 1, 2, oder? Und nichts Keine Da haben wir ja das, das könnten wir verbessern Auf allem auf dem Tür stehen wir mal Jeeey Ich hab hier jetzt für Schleiche Oh, für Gesundheit Und ein bisschen Schleiche dann Kaufen Äh, verbessern wir schon wieder, wir sehen was gibt's denn Boil Oh Ich habe schon Oh Ja Ah Bist du? Oh, ich habe noch geöffnet doch Oh 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 Was kostet? Oh, da geht es schon an. Oh, zusätzliche Titel. Ob das kostet eigentlich nicht? Ja, was lassen wir da? Das finde ich noch irgendwie ein toller Mittelalter. Drum gab es 23 Riesen aus Rostolz, sie sollen wieder rein. Ja, was ist das? Jetzt holen wir wieder rein, auf alle Fälle. Oh, man muss ein 5 Riesen aber besser werden. Was auch immer das jetzt bringt. Ein bisschen besser wird es sein. Unterarmen. Oh, das ist ja gar nicht. Oh, das ist ja gar nicht. Dann kommen wir wieder. Oh, das ist ja gar nicht. Oh, das wird 40 Riesen. Hoppla, hoppla, hoppla. Verschweinigt, weil wir das sehen. Wenn wir die Hand noch besser, wenn wir nicht so richtig. Wie sieht's da aus? Da haben wir nicht auf Gesundheit gemacht. Jetzt kommen wir wieder runter. Das ist mir zufällig. Nein, es ist mir zufällig. Nein, es ist mir zufällig. Das ist mir zufällig. Das gefällt mir nicht von der Farbe. Das ist mir zufällig. 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 Ich bin mínimots. Das finde ich. Ah, fern wieder ist. Lassen wir hier noch an. Ich sag's nicht so zu klasse. Ich bin das hohle Mabine. Also über 100.000 Linden. Komm noch mal da. So. Und schnell verbessern. Ich würde sagen, er verlangt. Warte mal. Wie sieht das aus? Oh, das sieht cool aus. Äh, waffenmässig. Nein, warte jetzt. Das werden wir ja so, wenn es an Verbrauchsregenstände natürlich wird man besser auffüllen, damit wir Waffen verbessern können. Äh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich kann hier auch noch 8 haben wir jetzt rauspumpen. Ja, ja. Jaja. Jutre kann man auch 10. Äh, 27 würde ich sagen. Doch, doch. Das sieht doch jetzt ein wenig besser aus. Ja, das sieht cool aus. Äh, ja. Was haben wir jetzt eigentlich wollen? Eben umlegen. Eben umlegen. Ja, geht gerade einfacher. Ja, das war so schade. Ja, das wäre noch eine Piste. So, jetzt haben wir mal aufgerüstet wieder. Und wir haben ja Alkursion. Ehm. Ehm. Eben, woher meistens können wir das natürlich auch noch aufwischen. Ich bin ganz klar. Aber äh. Was sind die Leerwerksnäher? Eben. 3, 3, 5. Meine 5, 5. Seht ihr auch mal einsetzen. Weil wir mittlerweile nichts. Ein Stück. Aber ich möchte so ein wenig aufs Ding konzentrieren. Und so. Äh. Schlösserknoten. Äh. Bei einer Untersuchung der Halle. Oh bleh. Hildes herauszufinden was Laf. Was Laf. Gernier. Boah. Äh. Jo. Wollen wir doch spülen. Und. Und. Laten sie auch die Ewig greifen. Jo. Ich glaube schon. Nein. Hat sie nicht. Nun gut. Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Ich würde sagen. Lass mal raus. Hinten. Oder? Hinten. Ho. Dann wird das mit. So. Dann wird das bei einer. Lu. Ich habe denen die nicht mit. Das ist schon sehr mäßig. Ich hab dich gestreckt. Ja, tief ist hier einfach gestreckt. Ah, bei einer Achtung. Oh ja, ich weiß nicht, ich hab dich gestreckt. Pfff, hab ich nicht mehr. Oh ja, ich weiß nicht mehr. Ah, ich weiß nicht mehr. Ich hab mir hier noch eine Möglichkeit gehabt, ohne dass wir jetzt so zwei ummieten und nicht mehr schließen, als wir da rüberkommen. Aha. Oha. Ich heiße dich bis hier. Es wird immer so als könnte es jeden Moment bei mir zusammenbrechen. Ja, genau, ja. ja So, wenn du nicht unterst willst. Meine Fressen. Ah, mit Pistole an. Hier kann man doch auch nach vorne. Die macht möglichst schleichen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was haben wir doch noch? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und wenn wir das nur Modell rupen können. Oh, ja. Das ist nicht möglich. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. Ja! Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das muss ich sagen. Jetzt nehme ich an. Jetzt nehme ich an. Wenn ich sehe, dass es nicht ist. Ah! Aber jetzt muss ich hier drücken. Und das ist nicht. Jetzt... Was ist da geschrieben? Oh, was ist da drin? Was macht das? Ja! Ich bin da aus dem Kampf. Oder... Ob es reicht, wenn ich hier drüber gegangen habe. Ich frage einmal, die werden wir noch mal sehen. Ich frage einmal. Ich frage einmal. Da vorne sind noch drei. Aber das wird... Aber ich habe noch nicht Zeit. Ich probiere es auch noch so. Wenn das jetzt würde ich... Wann ist das? Wann ist das? Waffen aus Bayern? Hm. Ich frage einmal. Das wird mir schon raus. Was kann ich eigentlich? Ah ja, eben. Wir müssen ja mit Pistolen umgehen. Aber äh... Nein, das lohne ich jetzt dann. Hey! 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 Hallo! Hallo! was immer er plant es ist groß und nun weiß ich wo ich euch finde großmeister vielleicht etwas unsicher die so einfach hier rumliegen zu lassen die pulverlage sie wird noch gehen nein selbstverständlich kann es nicht einfach sein was ja ja Ja, da unten. Ja, da unten. Ja, da unten. Ja, da unten. Eins. Ehm, auch schon. Und da. Ja, da unten. Ja, da unten. Ja, da unten. Ja, da unten. Hey. Oh, scheiße. Wie ist auch gut? Wie soll ich jetzt da oben? Die Fotos und Junk. Oh, das ist ein Macher. Oh, das ist ein Macher nochmal. Oh Gott, da. Vielleicht hätte ich das lieber mal geplant. Ich glaube, hier wird schon einer. Komm, 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 komm. Komm, komm. Wieso? Nein, wieso kann er nicht? Wieso Situationen, dass er hier nicht... ...verkommt? Das würde nie anders sein. Jetzt noch das. Auf, der wird doch nicht mehr. Auf, der wird nicht mehr. Ich weiß, was wir in Europa machen. Deine culminiessen. Das haben wir jetzt noch nicht gedreht. Wir machen Sie uns nicht. Das habe ich schon nicht eingeschw adiert. Oh, das ist lustig. Das ist unmöglich. was Ehm, na. Limon! Kacke! Ist manchmal etwas komplexiert, finde ich jetzt. Aber ganz elegant. Ganz elegant, muss ich sagen. So viel dazu. Ach, die habe ich jetzt gerade gehört. So, das ist jetzt gut. Kann ich die Pistole erklären? Ja, was soll's? Nein, mal da irgendetwas nicht, würde ich jetzt mal meinen. So, jetzt, was? Vergissen wir. Das haben wir ja synchronisiert. Aber machen wir es nochmal. Haben wir so einen schönen Rundumweg. Sieht doch schon sehr mäßig gut aus. Ja, und damit machen wir da wieder Schluss heute. Und ich sage mir danke fürs Zürich. Und bis zum nächsten Mal. den schönen Rundumweg.